Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempelfort. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 32 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 645 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.